Hallo, ich bin Katrin von Feds at Home. Ich bin schon ganz aufgeregt. Morgen ist Muttertag und ich frag mich schon, was sich meine Lieben wieder ausgedacht haben. Die sind ja immer so eifersreich. Kleber, Kleber, Kleber! Mama, wir brauchen Kleber. Vereil dich! Hier, bitteschön, der Kleber. Danke! Danke! Gerne, so süße, kleine Ideen. Immer was ganz Besonderes einfach. Ich freu mich total. Mama, können wir die Farbe? Farbe, Farbe, Farbe! Ich bin ja echt gespannt. Was kann das nur diesmal werden? Mama, das Wasser ist aufgelaufen! Was ist denn jetzt schon wieder los? Was ist denn hier los? Ich kann's ja nicht glauben. Was habt ihr denn hier veranstaltet? Ich krieg die Krise. Jetzt macht einfach euren ganzen Mist alleine. Am Muttertag hab ich auch schon lange keine Lust mehr. Muttertag, Muttertag, wer braucht schon Muttertag? Ich bräuchte einfach mal einen freien Tag. Ein bisschen Ruhe nur für mich. Mama, wir haben Niki. Oh, wie schön! Wer braucht dann noch mehr als das? Eure Challenge für den Tag. Postet uns in die Kommentare, was ihr euch zum Muttertag wünscht und was ihr gerne machen würdet mit euren Liebsten. Und Kinder, postet ihr uns, was ihr euren Namas alles schenkt. Vielleicht ein Gedicht, ein Gutschein oder einfach nur mal sagen, wie lieb ihr sie habt. Wir freuen uns auf eure Zuschriften. Bis zum nächsten Fates at home! Tschüss! Euch allen einen schönen Muttertag! Tschüss! Tschüss! Tschüss!